Lediglich siebenjährige Pferde über die Höhen von 1,35 Meter. Und ebenfalls ein Paar, meine Damen und Herren, welches in Nörtenhardenberg für uns die Premiere hatte, nämlich Markus Enink mit dem Staccato-Sohn, meine Damen und Herren, dem Hengst aus dem Besitz von Maria Grezza. Wie den Hengst Markus Enink zur Verfügung gestellt hat. Singular LS La Silla. Ein Hengst mit einem enormen Potenzial, was er uns in Nörten unter anderem auch zeigte, hier auch sehr, sehr spielerisch einfach mit diesen Aufgaben hier zurechtkommt. Und so wird auch dieses Paar eben, ohne Abwurf, lupenreine Runde von Markus Enink. Singular LS La Silla.